Unser Highlight auf KTV ab dem 23. Januar Maria als Wohnung Gottes Predigt von Bischof Stefan Oster Der Bischof von Passau erläutert, wie Menschen den richtigen Jesus finden können. Eine Aufzeichnung vom 15. August 2020, Maria Himmelfahrt in Altötting. Sendetermin sind Samstag, der 23.01. um 10 Uhr Sonntag, der 24.01. um 21 Uhr Montag, der 25.01. um 11 Uhr Dienstag, der 26.01. um 18 Uhr Donnerstag, der 28.01. um 22.30 Uhr Und Freitag, der 29.01. um 17 Uhr Verpassen Sie nicht diese spannende Predigt von Bischof Stefan Oster und schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 8 Uhr